Hallo, hier steht gerade überall Zypressenwolfsmilch und es duftet einfach herrlich nach Patchouli, nach Vanille, aber leider auch ein bisschen nach dem Tod. Ja, denn die Pflanze ist doch ziemlich giftig, also sollte man nicht essen. Aber wir machen uns jetzt mal mit euch auf den Weg und schauen uns mal noch ein paar andere Giftpflanzen an, aber natürlich auch einiges tolles Essbares, was auch gesund ist. Also dann auf geht's. Die im letzten Video gesuchte Pflanze war natürlich der Löwenzahn und das ist was, was man jetzt unbedingt sammeln sollte. Ja, der Löwenzahn ist sehr häufig, wir finden den auf Wiesen. Ja, es gibt kaum eine Wiese, wo es keinen Löwenzahn gibt und gerade jetzt vor der Blüte, da sind die Blätter einfach unglaublich gut. Bisschen bitter, ja, aber so, dass man es gut aushält und die schmecken so schön blumig und gut und da sind so viel Vitamine drin und ja, eben auch gute Bitterstoffe, da tanzen Leber und Galle richtig Freudentänze zusammen und überhaupt der ganze Körper. Also wenn man jetzt dem Körper irgendwie sagen will, dass man ihn liebt, dann mit dieser Pflanze, ja, also mit dem Löwenzahn, mit den Blättern. Da tut man sich jetzt was richtig Gutes im Frühjahr. Was wichtig ist dabei, dass man dann genug trinkt, auch immer, ne, gerade wenn man jetzt viele Löwenzahnsalate isst oder auch, ja, den entsaftet oder in Smoothies tut und so, was wie gesagt absolut empfehlenswert ist jetzt um diese Jahreszeit. Denn ja, der entwässert ein bisschen, ne, der spült den Körper so ein bisschen aus, ja, passend so im Frühling wollen ja eh einige immer ganz gerne haben sowas im Frühling, so ein Effekt und da ist es dann wichtig genug zu zu trinken, ne. Und wir sehen es hier so ein bisschen gezähnt, ne, die Blätter eben ganz typisch. Wenn ihr jetzt konkret wissen wollt, nochmal alle Merkmale und alle Inhaltsstoffe, Studien und so ein bisschen Geschichte, Mythologie und sowas alles, dann schaut euch am besten mal unser Porträt zu dem Löwenzahn an. Hatten wir Hausaufgaben auf? Scheibenkleister, kann ich abschreiben? Ne, kannst du nicht. Habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Wir haben sie jetzt gemacht, denn vor ein paar Wochen haben wir euch ja gesagt, schaut euch mal die Blüten von der Haselwurz an. Diese wunderbaren Täuschblüten, die Pilzmücken vorspielen Pilze zu sein, damit die Pilzmücken kommen und sie unfreiwillig bestäuben. Ja, die gibt es jetzt zu sehen. Die sehen richtig, richtig magisch aus und wenn ihr die mal im Detail sehen wollt, ja, wir übernehmen doch eure Hausaufgabe, dann schaut mal auf unserem Instagram Profil vorbei, da werden wir ein Bild posten. Hier blühen wunderschöne Taubnesseln und der Name lässt vielleicht vermuten, dass man da taube Hände kriegt oder irgendwas passiert, aber passiert halt gar nichts. Deswegen sammeln wir ein paar Brennnesseln auch gleich mit, denn da brennt es wenigstens dann wirklich richtig an den Händen. Ist ja auch was Gutes. Ne, mal ohne Witz. Brennnesseln gibt es gerade so viel überall und die sind jetzt gerade in diesem perfekten Alter, wo sie noch einen relativ milden Geschmack haben, aber gleichzeitig einfach in Massen überall auftreten. Und so viel Mineralstoffe, wie da drin sind, gibt es sonst kaum irgendwo zu holen. Außer man isst vielleicht direkt irgendwie Mineralien aus irgendwelchen Bergen. Aber sonst ist die Brennnessel schon die Top-Adresse. Kennt ihr ja vielleicht auch aus unserem Porträt. Deswegen sammeln wir die. Aber wir sammeln jetzt eben hier auch diese Taubnesseln. Das sind jetzt hier die gefleckten Taubnesseln. Da gibt es ja einige Taubnesseln, verschiedene Arten. Die ist hier recht ähnlich wie die purpurote Taubnessel, die jetzt teilweise auch schon verblüht ist an manchen Orten. Die ist ja oft die purpurote, die erste von den Taubnesseln, die man so sieht. Wir haben die ja schon im Februar finden können. Blühte zum Beispiel. Und jetzt ist so gerade die gefleckte richtig doll am blühen. Die ist im Schnitt immer ein bisschen größer, so von der Höhe her. Aber hat auch oft größere Blüten. Die sind gerne doppelt oder dreimal so groß. Und was ganz typisch ist, ist die Unterlippe. Das ist ein Lippenblütler und die Blüten haben so eine Unterlippe, eine große, wo die Insekten schön darauf landen können. Das ist die Landestation. Die ist eben gefleckt. Die ist so rosa bis lila und mit so weißen Flecken drauf. Ganz typisch. Das ist eine tolle Pflanze, die ja auch vom Geschmack her relativ mild ist. Also die purpurrote Taubnessel ist ein bisschen intensiver im Vergleich. Die geht mehr so in so eine pilzige Note vielleicht. Und diese hier, die gefleckte Taubnessel, die geht eher so ein bisschen ins Zitrische schon fast. Da gibt es so einen Hauf von Zitronen und sowas im Geschmack. Schmeckt richtig gut. Und was einem auch ganz toll ist bei den Taubnesseln, die haben auch ganz viele Mineralstoffe. Also das eint die auch alle. Die stecken voller Mineralstoffe. Auch Silizium ist da zum Beispiel oft sehr viel drin. Das ist dann natürlich was ganz wunderbares, was man jetzt richtig schön sammeln kann. Wir nehmen das alles mit. Brennnesseln, Taubnesseln sammeln wir. Hier gibt es auch Giersch. Also gerade kann man so viel einfach sammeln und da tolle Säfte zum Beispiel daraus machen. Heute werden wir mal einen Saft pressen. Da haben wir richtig viel drin. Einfach gesund und richtig schön frühlingshaft. Wer die Erleuchtung sucht, sollte sich einfach ein bisschen Klettenlabkraut nehmen und es aufs dritte Auge drauf heften und dann kommt die Erleuchtung. Das wissen alle. Auch die ganzen Leute von den ganzen anderen Planeten ist ein Klassiker im ganzen Universum. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber es haftet schon sehr gut an. Also man kann es sich zumindest ins Gesicht tun und dann damit rumrennen und so ein bisschen verloren aussehen. Das geht auf jeden Fall damit. Und das ist ja auch viel schöner als erleuchtet zu sein. Also deswegen einfach ein bisschen ins Gesicht klatschendes Zeug. Warum macht das Klettenlabkraut das eigentlich? Es hat jetzt überall solche Borsten und jetzt hier in diesem Altersstadium ist es auch schon wirklich ganz schön wieder borstig. Macht es jetzt nicht komplett so aus Spaß an der Freude. Könnte ja auch sein. Ist ja auch schön. Aber das benutzt es schon, um so ein bisschen an anderen Pflanzen empor zu klettern. Also das ist um Halt zu finden. Dazu verwendet das Klettenlabkraut diese ganzen Borsten. Aber es ist auch ein tolles Wildkraut. Nichtsdestotrotz nur jetzt in dem Alter, wo jetzt hier diese Triebe schon teilweise 20-30 Zentimeter lang werden. Da ist es jetzt für einen Salat nicht mehr so geeignet. Außer man hackt es jetzt wirklich ganz ganz klein. Dann geht es vielleicht noch. Aber ansonsten eher nicht. Aber was damit ganz wunderbar geht, ist es das zu entsaften. Also das hat man auch früher damit gemacht. Da hat man es einfach genommen. Das gibt es richtig viel teilweise. So an nährstoffreichen Standorten. Hier jetzt eben auch mit Brennnesseln und Giersch zusammen und sowas. Und dann einfach ausgewrungen. Also so kann man das machen. Einfach auswringen. Oder man benutzt einen Entsafter oder auch einen Mixer. Das kann man jetzt mit moderner Technologie natürlich auch machen und dann ist man noch ein bisschen effizienter unterwegs. Diese Pflanze hat außer diesen borstigen Häkchen überall natürlich auch noch schöne Blätter. Die Blätter, die sind so in Quirren angeordnet. Also wir haben so einen vierkantigen Stiel und da rundherum sind immer die Blätter. Wie so ein Kreis, der so einmal rund um den Stängel geht. Und die sind dann ganz lang die Blätter. So zwei, drei Zentimeter lang. Ganz schmal. Unter einem Zentimeter. Auf jeden Fall in der Breite. Und so sieht es aus. Erinnert es ein bisschen an Waldmeister. Ist ja auch verwandt. Ist aber auch zum Beispiel mit dem Kaffee verwandt. Also sind beides röte Gewächse. Wissen viele auch nicht. Ist eine recht nahe verwandte Pflanze zum Kaffee. Enthält aber wahrscheinlich eher kein Koffein. Also da gibt es widersprüchliche Aussagen. Ja man hat damit früher wie gesagt vor allen Dingen viel Säfte zubereitet, die man so bei Entzündungen verwendet hat. Zum Beispiel auch bei so Halssachen und Husten und solchen Geschichten. Bei Schlangenbissen hat man das auch verwendet. Recht vielseitig. Es gibt mittlerweile auch ein paar Studien, so in vitro Studien, Tierversuchsstudien zumindest, die auch mal so schauen, was die Pflanze so kann. Da gibt es zum Beispiel auch so Hinweise, dass es vielleicht ein bisschen immunmodulierend ist. Es sind auch Inhaltsstoffe da drin, die zumindest in so kleineren Versuchen erweiternd auf die Bronchien wirken oder auch so ein bisschen sedierend wirken. Alles mögliche ist da drin. Hamin zum Beispiel, ein MAO-Hemmer wurde da drin auch schon nachgewiesen. Wirklich interessant eigentlich. Ja sehr unterschätzt wahrscheinlich und auch noch sehr unterforscht in gewisser Weise, was da noch alles drin steckt. Wurde früher aber auch sonst vielseitig verwendet. Zum Beispiel als Füllung für Matratzen oder um Milch zu sieben. Das wurde also so ein bisschen damit durchgerührt, falls da irgendwie Haare drin sind oder sowas. Also wirklich toll eigentlich, das Klettenlarbkraut, was damit alles geht. Wir sammeln das jetzt auf jeden Fall, denn der Saft daraus ist auch richtig köstlich und gesund. Ja. 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 Im Mittelalter hat man alles mögliche versucht gegen die Pest zu tun. Unter anderem hat man auch diese Pflanze hier eingesetzt. Die weiße Pestwurz hat anscheinend nicht so viel geklappt. Gestorben wurde trotzdem. Immerhin hat es vielleicht ganz gut geschmeckt noch. Denn die Blüten sind schon ganz lecker in gewisser Weise. Aber leider eben auch ein bisschen giftig. Also auch wenn man da jetzt zu viel von ist, auf lange Sicht kann es einen da hinraffen. Aber ja dann war die Pest meistens eher schneller. Denn hier in der weißen Pestwurz haben wir sehr sehr viele Pyrolycidinalkaloide. Kennen wir zum Beispiel aus dem Huflattich und gerade auch die Bedenklichen sind da in recht großer Zahl drin. Das heißt, wenn man da jetzt chronisch große Mengen von essen würde, würde man sich da wahrscheinlich schon irgendwie Schaden zufügen. Vor allen Dingen der Leber. Deswegen gilt die Pflanze eigentlich auch so ein bisschen als giftig. Der Huflattich, der ist ja nur so naja vielleicht so leicht leicht giftig. Bisschen, bisschen. Aber hier sind die Pyrolycidinalkaloide schon noch mal wesentlich konzentrierter und deswegen sollte die eigentlich gar nicht gegessen werden. So ist sie jetzt aber einfach wunderschön zu sehen. Trotzdem natürlich an Wegesrändern. Da fühlt sie sich sehr wohl, gerade so im Mittelgebirgen. So diese Forstwege mag die sehr gerne. Ihr natürlicher Standort sind ja eigentlich so Bachläufe, so Flussläufe und sowas. Also da fühlt sie sich eigentlich wohl. Und da ist sie dann auch ganz ähnlich unterwegs wie auch der Huflattich. Nicht nur von den Inhaltsstoffen, sondern auch vom Standort und auch so ein bisschen vom Verhalten. Denn die blüht bevor sie Blätter bekommt. Auch das tut ja der Huflattich. Hier kommen jetzt schon so ganz kleine Blätter. Aber an sich sind jetzt hier vor allen Dingen die Blüten zu sehen. Es gibt also für die jetzt keine Verwendung mehr so richtig. Die gewöhnliche Pestwurz, die so rötlich blüht. Die wird ja mittlerweile wissenschaftlich wieder sehr viel untersucht. Und da gibt es ja auch einige Studien, dass bestimmte Extrakte daraus, jetzt nicht einfach die ganze Pflanze, aber bestimmte Extrakte dagegen Heuschnupfen und Migräne zum Beispiel helfen. Ja, werden teilweise auch so eingesetzt. Ganz spannend. Bei dieser weißen Pestwurz hier findet jetzt so eine Untersuchung und Studien und sowas gerade nicht unbedingt statt so sehr. Also die ist so ein bisschen noch unerforscht weitestgehend. Ja und in Japan gibt es auch eine Pestwurz, die auch so ein bisschen so aussieht wie die hier. So ein bisschen weißlicher blüht. Und ja, das ist so die japanische Pestwurz eben. Oder asiatische. Und die wird dort dann tatsächlich auch gegessen. Da werden so kleine Austriebe genommen. Ja, jetzt nicht so die vollen Blüten, sondern hier sowas hier. Ja, was hier noch so recht jung ist. Das wird dann ja teilweise noch mit Asche vorbehandelt oder mit auch mit Backpulver und so Sachen. Also so um gewisse Bitterkeiten und Alkaloide da rauszuziehen. Ja, dass es irgendwie noch besser schmeckt. Und dann werden die zum Beispiel frittiert dort. Aber auch die Art dort enthält Pygolizidinalkaloide. Aber die essen sie ja wahrscheinlich auch nur so ein, zwei Mal im Jahr, wenn sie halt gerade kommen. Und jetzt nicht das ganze Jahr in großen Mengen. Das ist natürlich dann so eine Sache. Ja, kann man jetzt schön finden, die weiße Pestwurz. Und ja, unserer Erfahrung nach ist sie auch so ein bisschen eben, wie gesagt, teilweise ein guter Zeiger für Spitzmorcheln. Aber muss nicht sein. Es gibt viel mehr weiße Pestwurzen als Spitzmorcheln. Das ist leider auch die Wahrheit. Das Buschwindröschen regelt jetzt auch die Blütenrichtung Sonne. Und das tut es jetzt wirklich in großer Zahl gerne in solchen Teppichen. Und das tut es nicht ohne Grund in so einer Geschwindigkeit jetzt. Denn es wächst im Laubwald. Ja, da sind auch in relativ nahe Zukunft dann schon überall Blätter oben. Und dann ist es hier sehr schattig und dann will das Buschwindröschen schon fertig sein. Deswegen also diese Blütenpracht jetzt, die auch sehr gut sichtbar ist für die Insekten. Denn das UV-Licht wird da sehr gut absorbiert und dementsprechend können die Insekten das auch gut wahrnehmen. Ja. Und die hat ein ganz markantes Aussehen, diese Pflanze. Denn wir haben diese weißen Blüten zentral immer am Stängel. Und im oberen Bereich vom Stängel gehen auch immer so drei Blätter ab, die so als Quirr, nennt man das, angeordnet sind. Also die gehen genau alle so rund rum vom Stängel immer an der gleichen Stelle ab. Und die sind dann ziemlich gesägt und so die Blätter. Die Pflanze ist auf jeden Fall schön. Für Insekten auch absolut appetitlich. Für uns eher nicht so. Denn auch die enthält wieder mal Protoanemonien. Das ist wirklich ein Giftstoff, der jetzt um diese Jahreszeit in der Natur einfach sehr sehr viel zu finden ist. In ganz ganz vielen Pflanzen. Auch im Buschwindröschen. So als Morchelzeigerpflanze eignet sich das übrigens nicht so gut, das Buschwindröschen. Es ist schon oft dort, wo auch die Morcheln wachsen, also die Speisemorcheln. Um die soll es gehen. Aber es wächst eben auch auf sauren Böden. Das ist nicht nur so, nur auf Kalkböden. Das heißt also, nur weil das Buschwindröschen da ist, müssen nicht gleich Morcheln da sein. Das kann nämlich dann auch einfach sauer sein und dann passt es für die Morcheln nicht. Also wunderschön. Kann man jetzt wirklich vielerorts bestaunen. Das menschliche Herz schlägt im durchschnittlichen Leben ca. 3 Milliarden Euro. Das menschliche Herz schlägt im durchschnittlichen Leben ca. 3 Milliarden Euro. Das menschliche Herz schlägt 3 Milliarden Mal. Wenn ihr wollt, dass euer Herz jetzt 3 Milliarden und einmal schlägt oder 3 Milliarden und zweimal oder gar noch öfter, dann labelt euch an diesem Kraut. Das hier ist der Weißdorn und der hilft erwiesenermaßen dem Herzen. Da gibt es viele Studien, die das belegen, dass der Weißdorn die Pumpkraft des Herzens verstärkt z.B. und vieles mehr. Der wirkt auf ganz verschiedenen Ebenen positiv auf die Herzgesundheit. Das tut ihr natürlich am besten vorbeugend oder vielleicht teilweise auch nachbeugend. Man sollte jetzt nicht, wenn man jetzt plötzlich Schmerzen in der Brust hat oder irgendwelche akuten gefährlichen Symptome denken, naja, esse ich jetzt ein bisschen Weißdorn, dann geht das alles schnell wieder weg. Das ist der Moment, wo man vielleicht nicht unbedingt zum Weißdorn greift, aber der Moment, wo man zum Weißdorn greift, ist der, wo man sich denkt, ich will, dass mein Herz lange gesund bleibt oder dass es wieder gesund wird. Bei Vorerkrankungen solltet ihr das natürlich alles mit euren Ärztinnen und Ärzten absprechen. Das ist auf jeden Fall super. Und wir haben jetzt eben die Blätter. Der Weißdorn treibt jetzt die Blätter aus, bevor er blüht. Die sind so ein bisschen gelappt und gezähnt. Man kann es kaum sehen, jetzt eigentlich die Merkmale so richtig gut, denn die Blätter sind einfach noch sehr, sehr klein jetzt um diese Jahreszeit. Aber das Ding ist, wenn die ausgewachsen sind und groß sind, dann sind sie schon so ein bisschen zäh, dann lassen sie sich nicht mehr so gut essen. Und wenn die noch so gerade frisch rauskommen, so wie jetzt um diese Jahreszeit, dann ist es eben absolut perfekt, weil dann sind sie richtig zart und die haben auch einen schönen blumigen Geschmack. Wir schätzen die sehr. Und der Weißdorn wurde auch in der Menschheitsgeschichte schon immer sehr geschätzt. Das war oft assoziiert so, dass dort in dem Weißdorn zum Beispiel Feen leben. Man hat teilweise auch Kinderbetten aus Weißdornholz angefertigt, weil man eben wollte auch, dass so böse Feen und böse Hexen fernbleiben. Also damit war der Strauch auch viel assoziiert, dass er so eine Schutzwirkung hat vor dem Bösen. War wirklich immer schon beliebt, auch so in der traditionellen Naturheilkunde in Europa oder auch zum Beispiel in Asien. Überall. Schmeckt auch einfach gut. Für Vögel natürlich auch ein super Strauch, gar keine Frage. Die können da schön drin rumspringen. Die haben im Herbst dann die Früchte. Also wirklich für das ganze Leben einfach der perfekte Strauch. Sollte man auch unbedingt anpflanzen, wenn man vielleicht Platz dafür hat und eine Möglichkeit Weißdorn. Und jetzt kann man eben, wie gesagt, diese kleinen Blätter sammeln. Gerade an so großen Hecken, wo es viel gibt, macht man hier und einmal mal ein paar ab und schmeißt die dann einfach mit in Salat. So ein Mischsalat. Perfekt. Was haben wir denn hier schönes? Wilden Spargel? Ja, nicht ganz. Wilden Spargel kann man jetzt zwar auch finden mit etwas Glück, aber das hier ist der japanische Staudenknöderich. Eine Pflanze zum Hals rumdrehen. Die ist noch relativ neu in Mitteleuropa. Also die gibt es echt noch nicht lange. Ursprünglich gab es die hier vor allen Dingen in Gärten. So ein bisschen als Zierpflanze. Aber die hat sich dann sehr rasant ausgebreitet. Die mag insbesondere sowas wie das hier. So kleine Bachläufe. So Stellen, wo es ein bisschen feuchter ist irgendwie. Mag sie sehr gerne. Und dann nimmt sie sich sehr, sehr viel Raum. Hier ist es auch so. Das wächst hier einfach überall. Der japanische Staudenknöderich. Da kommen jetzt hier eben diese schönen Triebe aus der Erde raus. Und zwar in richtig, richtig riesiger Menge. Hier gibt es hunderte, tausende. Man sieht sie ganz gut natürlich so. Man kann es aber auch natürlich sehen, wenn man sich jetzt erstmal so ein bisschen umschaut an Bachläufen. Nach dem vom letzten Jahr, was so dasteht, nur so vertrocknetes Pflanzenmaterial. Denn wir haben da eben oft solche langen Stängel. Die stehen hier auch noch teilweise rum. Hier sind sie jetzt nur so 1,50 m teilweise. Aber manchmal sind sie auch drei, vier Meter groß. Und sieht eben so ein bisschen aus wie vertrockneter Bambus. Und dann eben so da, wo die sind, unten auf dem Boden, kann man sich dann danach umschauen. Das sind dann eben die neuen Sprösslinge, die jetzt dieses Jahr wachsen. Die wachsen sehr schnell. Das heißt, wenn man die ernten will, dann eigentlich jetzt. Im April sollte man das machen. Anfang April meistens so. Denn die können 10, 20, 30 cm pro Tag wachsen. Die haben richtig Dampf drauf. Die sind aber nur genießbar eigentlich, wenn sie hier so sind. So 10, 20 cm mal vielleicht auch 30. Aber mehr sollten sie eigentlich nicht haben. Wir schauen die uns jetzt mal kurz noch mal ein bisschen an. Was schon mal sehr auffällt ist, wir haben eben diesen Stängel, der so ein bisschen aussieht wie Bambus, irgendwie entfernt auch schon. Der ist auch unter anderem von innen hohl. Da haben wir immer so hohle Kammern überall. Von außen betrachtet ist er dann rot gesprengelt. Deswegen unbedingt darauf achten, jetzt nicht den gefleckten Schierling zu sammeln. Der sieht schon ein bisschen anders aus. Sehr anders eigentlich, aber nur so als Hinweis. Dann haben wir schöne Blätter. Die sind wechselständig. Das sieht man jetzt schon so ein bisschen bei den etwas älteren Sprösslingen wie bei dem hier. Das heißt, wir haben hier mal ein Blatt auf der einen Seite jetzt hier. Und dann haben wir darüber eins auf der anderen Seite. Dann wieder eins auf der anderen. Also es sind jetzt hier nicht immer Blattpaare, die irgendwie zusammenstehen oder irgendwas. Sondern immer abwechselnd immer so eins auf jeder Seite hin und wieder. Und die sind so ein bisschen von der Form her, sieht so ein bisschen aus wie Pfeilspitzen. Hier ist die Spitze auch tatsächlich relativ spitz. Die ist aber auch ganz gerne mal abgerundet teilweise bei den Blättern. Also da gibt es auch so ein paar Unterschiede. Was kann man damit machen? Also es sieht aus wie wilder Spargel, schmeckt aber eigentlich überhaupt nicht so. Die ist recht sauer, die Pflanze. Die enthält also recht viel Oxalsäure und erinnert eigentlich sehr viel mehr an Rhabarber. Es ist ein wunderbarer Ersatz für Rhabarber auf alle Fälle. Ähnlich wie beim Rhabarber ist es auch hier so, dass die Pflanze relativ viel Oxalsäure enthält. Das können wir zum Beispiel auch aus Spinat oder aus Sauerampfer. Aber hier ist schon recht viel drin. Deswegen empfiehlt es sich schon für die Bekömmlichkeit, diese Pflanze zu erhitzen. Also man kann es schon auch mal roh probieren. Aber unserer Erfahrung nach ist es viel besser bekömmlich, wenn man das irgendwie erstmal erhitzt. Und dann kann man daraus sowas wie Rhabarberkompott machen. Was wir auch sehr gerne machen ist so eine Art Kuchen. Kann man einfach ein bisschen experimentieren. Wir machen das auch jedes Jahr anders, weil wir jedes Jahr wieder vergessen, wie wir es im letzten Jahr gemacht haben. Aber da gibt es auf jeden Fall gute Möglichkeiten. Man kann die Pflanze aber auch schon herzhaft zubereiten. Also in Japan gehört die ja schon sehr lange zur traditionellen Küche mit dazu. Und da wird sie dann auch ganz gerne so in der Pfanne angebraten mit Sojasauce und verschiedenen Sachen. Also das geht auf jeden Fall auch. Aber man muss schon bedenken, dass sie eben auch erhitzt immer noch eine leichte Säure hat. Eben so ein bisschen wie Rhabarber. Die enthält sehr viel Resveratrol. Also wirklich sehr, sehr viel. Es gibt kaum Pflanzen, die so viel enthalten wie eben der Staudenknöterich. Resveratrol ist ja so eine Antioxidanz, die mal eine Zeit lang sehr berühmt war als Nahrungsergänzungsmittel. Und ja, da gab es große Versprechen. Die Unsterblichkeit steht kurz bevor, wenn man ganz viel davon zu sich nimmt oder wenn man ganz viel Wein trinkt. Da gab es viele Studien, die gar nicht, ja das waren einfach nur Tierversuchsstudien oder In-Vitro-Versuche. Aber es wurde halt sehr groß angepriesen medial, weil man damit natürlich auch viel Geld machen konnte. Mittlerweile gibt es aber tatsächlich schon immer mehr Studien und auch gute Studien tatsächlich, die also auch vielversprechend sind. Also so eine große Sache war ja immer so Lebensverlängerung. Ja, da gibt es gar nicht so gute Studien bisher. Auch zur Krebsbehandlung gibt es noch nicht so gute Studien eigentlich. Also viele Tierversuche schon, aber sonst halt nichts Großklinisches mit Menschen. Es gibt mit Menschen schon jetzt eher so welche so Richtung kognitive Gesundheit. Also so Behandlung von kognitiven Erkrankungen oder auch einfach so zur Förderung der kognitiven Leistungsfähigkeit. Ganz gut nur, dass das Gehirn ordentlich läuft. Da ist das Resveratrol ganz gut. Wenn man es jetzt aber wirklich darauf voll anlegt, dass man extra viel Resveratrol haben soll, will, dann sollte man eher Richtung Herbst, wenn dann diese Stängel 3-4 Meter groß sind und dann so langsam verrotten, die Rhizome ausbuddeln, die unter der Erde sind. Denn die enthalten nochmal viel mehr Respiraturen. Also das ist so die eigentliche Quelle. Aber auch hier ist ein bisschen was drin. Es ist also auch sehr gut die Pflanze zu ernten tatsächlich. Also bei vielen Wildpflanzen muss man ja aufpassen, dass man nicht jetzt so viel erntet und sowas, nur eigentlich bei fast allem. Aber hier kann man richtig beherzt zulagen, denn diese Pflanze macht solche riesigen Bestände. Und da wo die wächst, da wächst dann oft kaum noch was anderes. Also die macht so dichte Bestände, da haben andere Pflanzen kaum eine Chance. Hier jetzt eigentlich nur die, die noch wachsen, bevor das hier wächst. Aber eigentlich sollte jetzt hier vielleicht an so einem kleinen Bach eher so ein Bachsaum entstehen mit einer viel größeren Artenvielfalt. Noch auch dann im Sommer später. Aber dann gibt es hier nur noch das. Und auch für viele Tiere ist es nicht so gut. Es nehmen auch kaum Vögel so an, dass jetzt da irgendwie so großartig die Nisten und sowas in diesen Beständen ist auch nicht so sonderlich beliebt. Da kann man der Pflanze wirklich schön den Hals umdrehen und ordentlich mitnehmen. Wer Mordlust hat, wer irgendwelche Gewaltfantasien hat, hier ist die richtige Adresse. Diese Pflanze einfach ernten und dann irgendwie verarbeiten. Hier haben wir ein richtig schönes Blütenmeer. Ich habe hier so eine kleine Insel gefunden, wo mal ausnahmsweise keine sind, wo man hier so ein bisschen hocken kann. Aber sonst ist hier alles voll mit hohlem Lärchensporn. Und da liegt hier auch ein richtig toller Duft in der Luft. Es ist wirklich ein Odor, da will man sich reinlegen. Es riecht absolut herrlich nach Frühling und nach Leben. Hier summt und brummt auch alles mögliche. Dabei sind gar nicht unbedingt alle Insekten, die hier unterwegs sind, da unbedingt immer gleich so happy mit wahrscheinlich. Denn ja, der hohle Lärchensporn, der ist eigentlich eher nur was für Insekten mit einem langen Rüssel. Ja, nur die kommen da gut an den Nektar ran. Außer den Hummeln, die haben sich da einen Trick überlegt. Und ja, so ein paar Honigbienen sind hier auch unterwegs. Die probieren ihr Glück. Aber ob das immer so gut klappt, ist die Frage. Der hohle Lärchensporn ist ja eine Giftpflanze, die wir jetzt eben so in Laubwäldern finden können. Vor allen Dingen im Sommer wird er schon wieder komplett weg sein. Wenn dann das Laubdach da ist auf den Bäumen, dann sieht man von dem eigentlich nichts mehr. Und jetzt kann man ihn wunderbar sehen. Der steckt volle Alkaloide. Ja, da sind sehr viele verschiedene Alkaloide drin, die absolut faszinierend sind. Zum Beispiel das Bulbokapnin ist da drin, wo im Auftrag der CIA vor einigen Jahrzehnten mal so ein bisschen Experimente mit Menschen gemacht worden sind beispielsweise. Da sind aber auch Alkaloide drin, die jetzt in der heutigen Forschung eine große Rolle spielen. Denn sie sind vielleicht die Schmerzmittel der Zukunft. Man wird's sehen. Also da gibt es echt spannende Studien. Und wenn euch das jetzt alles interessiert, wie die Hummeln an den Nektar kommen, was ihr Trick ist und was das für Alkaloide genau sind und die Geschichten dazu, dann schaut euch mal unser Porträt an. Gerade hatten wir noch einen blühenden Teppich. Jetzt haben wir schon eine blühende Wand. Es ist eine Pflanze, die lebt sehr, sehr gesund. Die trinkt keinen Alkohol und deswegen ist sie auch nicht immer blau, sondern immer grün. Es ist das kleine Immergrün. Das kann man jetzt zu der Jahreszeit sehr häufig sehen, weil es jetzt auch so schön blüht. Aber auch zu allen anderen Zeiten. Denn wie der Name es schon vermuten lässt, ist es Immergrün. Es hat solche eiförmigen Blätter, die so ein bisschen glänzen. Das ist also was ganz Typisches. Kann man recht häufig sehen. Es hat auch einige Besonderheiten. Also grundsätzlich gehört es zu den Hunsgiftgewächsen. Das klingt natürlich erstmal so ein bisschen gruselig. Ja, ist es vielleicht auch. Denn man sollte schon Respekt vor dieser Pflanze haben. Denn sie enthält über 50 Alkaloide. Die ist sowas von voll mit Alkaloiden. Es ist wahrscheinlich der feuchte Traum für alle Leute, die sich mit Pharmakologie beschäftigen. Richtig gut, richtig viel drin. Aber natürlich auch durchaus gefährlich. Wenn man es jetzt einfach essen würde, könnte man sich dann natürlich schon auch diverse Vergiftungserscheinungen holen. Eben auch einen schönen Mix aus Vergiftungserscheinungen. Wenn man das jetzt aber alles aufdröselt, diese ganzen Alkaloide, und die dann extrahiert und einzeln betrachtet, dann haben wir da schon eine ganz andere Situation. Denn da sind dann spannende Sachen drin. Zum Beispiel das Winkamin ist ein Alkaloid, was dort besonders berühmt ist aus dieser Pflanze. Und das wird beispielsweise eingesetzt, um die Durchblutung und Sauerstoffversorgung im Gehirn zu verbessern. Das heißt also bei gewissen Erkrankungen vom Gehirn und so, oder wenn die Hirnleistung nicht so gut ist mehr bei Menschen, dann wird dieses Alkaloid dort teilweise eben eingesetzt, um das Gehirn wieder so ein bisschen zu pushen. Aber wie gesagt, hütet euch davor, wenn ihr denkt, in der nächsten Klausur ist es einfach ein bisschen immergrün. Dann wird es richtig gut laufen. Wird es wahrscheinlich eher nicht, weil dann fällt er vom Stuhl und liegt da unterm Tisch, ist dann eher nicht so gut. Aber so an und für sich steckt da schon einiges drin. Wie gesagt, über 50. Andere Alkaloide können zum Beispiel auch den Blutdruck senken. Sowas gibt es da auch drin. Blüht jetzt schön. Für die Insekten auch ein Traum, denn die können da so ein bisschen reinkriechen in diese tollen lilanen Blüten. Man sieht es teilweise so, die gehen da so richtig tief rein. Und da gibt es nicht nur Pollen, sondern auch Nektar, was auch gut ist. Die Pflanze ist hier in Mitteleuropa jetzt eigentlich recht häufig zu finden mittlerweile. Gerne auch so in Laubwäldern und so was. Und teilweise eben auch hier an so einem Hang auf Lehmboden und so. Man könnte jetzt eigentlich meinen, naja es ist eine klassische mitteleuropäische Pflanze. Ist es aber tatsächlich nicht. Denn die ist erst so, ich glaube im 15. oder 16. Jahrhundert oder sowas nach Mitteleuropa gekommen. Und zwar von den Römern mitgebracht worden. Das heißt ursprünglich ist es eigentlich eine südeuropäische Pflanze. Und es ist eine Zeigerpflanze. In dem Fall jetzt nicht unbedingt eine Zeigerpflanze für Zeigerwerte in der Natur, sondern für menschliche Geschichte. Denn da wo man die findet, das sind oft Orte, wo es also früher Siedlungen gab. Schon sehr alte, schon seit sehr langer Zeit Siedlungen gab. Wo eine Burg stand oder sowas. Also dass das an der Burg angebaut worden ist. Sehr sehr spannend auf jeden Fall, was das so kann diese Pflanze. So ein bisschen Geschichte. Also man kann da so ein bisschen die auf den Spuren der Geschichte unterwegs sein. Wenn man die sieht, da ist es immer gut sich umzugucken, ob es da nicht irgendwelche Überreste gibt aus alten Zeiten. Im Frühling, da wird nicht nur gemorchelt, sondern durchaus auch mal gewerpelt. Hier haben wir jetzt eine böhmische Werpel gefunden, die jetzt hier so langsam sich dem Tageslicht entgegen regelt und ja eigentlich auch schon relativ alt ist. Nur mit einem recht kurzen Stiel. Aber man kann es schon so ein bisschen am Stiel sehen. Der hat so ein bisschen so gelblich-orangene Farbtöne. Das heißt, bei der eigentlich schon immer, dass die schon ein bisschen älter tatsächlich ist. Also die scheint hier schon eine ganze Weile am Start zu sein. Und ja, wir sehen diesen runzligen Hut. Ja, das ist also was ganz typisch ist. Könnte man jetzt auch relativ leicht verwechseln. Vielleicht mit einer Speisemorche. Ja, da ist es noch ein bisschen mehr wabenartig, so der Hut. Und was eben auch bei der Werpel ganz typisch ist, dass der Hut nicht unten am Hutrand so mit dem Stiel direkt verwachsen ist. Ja, sondern man sieht da so einen Hohlraum zwischen Stiel und Hut. Das ist ganz typisch bei der böhmischen Werpel. Geschmacklich ist sie jetzt auch gar nicht so wie Morcheln unbedingt. Also das ist schon was ganz anderes. Auch wenn sie sich sehr ähnlich sehen, ja, und auch zur gleichen Jahreszeit auftreten, im gleichen Habitat. Wir sind hier auch in einem Wald nur mit Eschen und hier in dem Fall sehr viel Pappeln. Ja, Werpeln haben unserer Erfahrung nach durchaus auch immer eine Vorliebe für Pappeln. Und kalkhaltiger Boden, passt alles. Ja, ist aber auch wesentlich seltener vielerorts als jetzt die Speisemorche. Und dementsprechend steht sie auch in vielen Bundesländern auf der roten Liste oder es gibt sie gar nicht. Ja, also da sollte man sich das gut überlegen, ob man die wirklich sammeln will oder stehen lassen will und vielleicht lieber nach Morcheln Ausschau hält. Definitiv ein schöner, schöner Fund. Also wir freuen uns riesig, denn es ist nur für uns neue Ställe hier, die wir auf jeden Fall noch nicht kannten und jetzt gerade so durch Zufall entdeckt haben, so wie es immer am besten ist. Was haben wir denn hier Schönes? Schreibt es uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das sein könnte. Kleiner Tipp, in unserem Buch mittendrin im Draußen, da kommt es auch vor. Oder ihr bestellt euch unseren Kalender vor. Der heißt Wilde Wunder vor der Haustür und ist ein schöner Naturkalender für 2023 mit vielen Illustrationen von Vanessa und schön von uns selbst geschriebenen Texten. Und dann gibt es jetzt auch noch ein bisschen was für den Anschluss zum Anschauen. Nämlich hier ein Porträt über die Speisemorche, die ist jetzt nämlich bald da. Oder hier eine ganze Playlist rund um Morcheln. Also viel Spaß beim Anschauen und bis bald im Wald.